Ich fühl mich so komisch, wenn ich mit ner Kamera rede. Hier, alles schmutzig, weil man unter so nem Scheißbaum steht. Und sonntags halt, weil wir da nicht gekickt werden, weißt du. Ich muss erst mal ein Geschenk für meine Mutter besorgen. Ich hab auch letzten Drück anwalt. Ja, heute ist Muttertag. Ich treffe einfach Jakob, der ist einfach vor mir. Den hab ich grad überholt. Jakob, Jürgen! Richtig geil, weil jetzt weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, der zu spät kommt. Ich dachte mir so, was ist da los? Und dann fährst du so vorbei und denk mir so, was will der denn? Alles klar, sind unterwegs. Hab ich selber gemacht. Die sehen so kacke für Crooked aus. Weißt du was ich meine? Nein, ich weiß nicht warum, aber die sehen irgendwie kacke dafür aus. Warte mal, da sind Leute. Entschuldigen Sie? Kennen Sie jemanden mit Kaninchen oder so? Ja, mein Kaninchen läuft hier rum. Aber das läuft hier vorne auch an der Straße, ne? Okay. Geht, Digga. Es geht, Montejo. Ach krass. Der ist schon dick. Okay, es regnet einfach. Aber guck mal den Himmel. Seine fällt doch gleich wieder auf. Ich lass es vorbei. Aber das verwirrt mich grad einfach, weißt du? Alter nein, ich hab mein Board hier liegen gelassen. So was nennt man Arbeitsvorbereiche, ja? Ich bin wirklich der Meinung, dass du noch ein bisschen warten solltest. Oh, Alter, das ist richtig. Ey. Ey, Oli ist da. Es bringt euch den Regen mit. Ähm. Hi. Ne, es hat davor schon gerät nicht. What? Es geht, Alter. Ey, Oli, machst du Powerslide runter? Ja, locker, easy. Alter, bist du bescheuert. Warte, ich schieb mal wieder ran. Ja, pass auf, das frisst dich so in deine Hände rein. Warte. Ich glaub, ich hab das so kacke gefilmt. Wir müssen den Spot wechseln, weil es viel zu doll regnet. Und die Linse ist auch immer noch richtig nass. Und es scheint los, wenn die Sonne ist. Ja, was ist denn das? Guck mal, die Sonne scheint. Nervt mich mega doll gerade, ne? Es ist doch richtig geiles Länder. Ich bin gerade am Abbahnhof. Ja, ja, es regnet aber auch nur da, wo wir sind. Wir wissen auch nicht, was abgeht. Ich dann noch ab mit dem Auto einfach. Für uns war das, das war der Localspot ganz früher, weißt du, und deswegen kann ich den eigentlich nicht mehr sehen. Weil wir da, also wir waren immer, wenn es geregnet hat, waren wir hier, weißt du. Ähm, nur ist es halt ein Witz, dass hier alles trocken ist. Also es ist halt nicht mal ein einziger Tropfen hier auf dem Boden. Raphael und Anton wollten noch, aber... Wer ist denn Raphael? Den kenn ich gar nicht. Raphael Hein? Glaub ich nicht. Geilster Typ, ey, kennst du den echt nicht? Ja, nimm mal am besten den Ausgang, wo die Busse sind. Ja. Glaub ich nicht. Ich hab mir ein wenig Spaß gesehen. Ich hab da Wenn ich gar nicht. Ich fühle mich auf irgendwelche Leute zu machen. Mach ich nicht. Ich hab die Gewaltiertes auf den USA. Ich hab dich nicht gesagt. Ich hab dich nicht gesagt. Ich hab mich jetzt mal gemacht. Ich hab mich nicht gesagt. Ich hab mich jetzt gemacht, ich mach mich. Ich hab mich, wie Anna ich bei dir eigentlich. Aber was hast du real? Ich hab mich nicht gesagt. Was geht, Mann, da? Rini. Der war, komm, den nehmen wir jetzt, lass mal weiter jetzt. Du bist so dreckig am Arsch, ne? Wundermal. Willst du ihn sauber machen? Wollen wir los oder so? Ja. Hier, block mal. Moin moin, ich bin Jakob, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Spot, wo es vorhin geregnet hat. Das ist so komisch, ich fühl mich so komisch, wenn ich mit einer Kamera rede. Die hältst du das aus. Stell dir vor, du machst das im Supermarkt oder so. Also das ist halt echt weird, wenn du so, warte, so rumläufst, weißt du, das ist mega eklig, also so, ich find das auch nicht geil, aber es macht mega Spaß Videos zu machen und da musst du halt durch irgendwie. Krankes Gap, ey. Eigentlich wurden wir immer gekickt, ja, da kommt schon direkt Security. Ja, immer, und auch mein Dicker. Ach, Dicker. Ja, Mann. Aber die Leinen würde ich noch sehen wollen von dir. So, jetzt ist es endlich trocken hier. Hausfrau Jakob Maul. Garten, ne, was, was? Gartenbau, irgendwie so. Gärtner Jakob Maul. Gärtner Jakob Maul, jetzt ist es Hausfrau. Ah, schade. Was ist mit deinem Board los? Digga. Ey, Anton, du hast ja was verloren von heute. Du darfst euch lang. Oh, Jule. Das war uns echt nerf, Bro. Ich spür's. Theo, fix das wirklich. Was? Angecrackt. Angecrackt. Ja, Mann. Oh, fuck. Hab verkackt zu filmen. Ich hab noch abgewehrt, aber hat nichts gebracht. Ja. Ach, das ist gut, Mann. Das ist nicht deine Schuld. Du bist halt nur hier rein, weißt du. Das zieht einfach brutal. Anton, ich kauf dir nen Döner, wenn du jetzt schaffst. Ja, ich geh jetzt nen Döner. Start, Mann. Stop, Mann. Depression Ja! Es sind nur noch Jakob und ich am Start. Es hat einfach wirklich jeder was gefilmt, der an diesem Spot war, außer ich. Eigentlich sind wir hier immer durch den Sportplatz durch, weißt du, und da hinten war ein Loch im Zaun. Aber jetzt müssen wir klettern, weil also das ist wirklich schon die geilste Mini-Ramp in Hamburg, finde ich. Und das lohnt sich auf jeden Fall dafür mal ein bisschen jetzt hier. Aber warte, wir können vielleicht hier, guck mal. Ja, hier ist viel leichter. Oh Gott. Was ist das für ein Spielplatz? Ja, ist krass, ne? Die wurde gar nicht neu gemacht. Irgendjemand hat mir erzählt, dass die neu gemacht wurde. Aber ich glaube, die ist trotzdem fahrbar. So, gucken wir mal. Alter, ich habe keinen Wachsen mehr. Nein! Irgendjemand hat mir erzählt, dass das neu gemacht wurde. Das war eine Lüge. Ich glaube, es war Jascha. Boah, komm. Boah, Primo! Boah, komm! Boah! 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 Bis zum nächsten Mal.